moin moin meine lieben leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge zelda so ganz kurz in eigener sache ich habe nichts dagegen wenn man meine videos kommentiert oder da irgendwelche kommentare hinterlässt oder vielleicht auch sogar verbesserungsvorschläge hat solange das ganze irgendwie ja wie soll ich sagen mehr oder weniger konstruktiv ist ich habe jetzt bei gar nicht bei diesem video hier oder bei dieser bei diesem letzter rei irgendwie nur so ein krieg noch wahrscheinlich öfters mal aber mir ist noch nicht so oft passiert aber so dumme kommentare bekommen wo ich dachte warum hat derjenige sich die zeit genommen mir jetzt diese dummen kommentare zu hinterlassen weil es irgendwie überhaupt keinen sinn ergeben hat ich meine wenn man meine let's plays nicht mag steht da jedem frei sich die anzuschauen oder eben nicht anzuschauen ist nur ein bisschen traurig wenn man da wirklich total beleidigt wird mein ist ja so dass man dass man wahrscheinlich einen gewissen skill bei einigen spielen braucht also wenn es jetzt demon souls ist oder allgemein die souls reihe den skill habe ich nicht will ich auch gar nicht verbergen und das sieht man auch in meinen videos dass ich das überhaupt nicht habe dass ich nicht der bin wer das mega gut kann aber ich wag mich heran und versuche es einfach ich finde das eigentlich okay für mich und wenn ich sind auch noch mal schafft das spiel dann freue ich natürlich tierisch drüber klar ist so ein selder jetzt nicht die große herausforderung aber trotzdem finde ich wenn man irgendwas nicht mag an meinen videos sei es auch immer dann soll man es mir doch einfach sagen oder beziehungsweise hinschreiben was man daran nicht mag was gefällt einem daran nicht vielleicht kann man es ja ändern meine stimme kann ich nicht ändern also das ist egal wer was gegen meine stimme sagt das ist denn so das ist nun mal meine stimme ich habe ja keine andere und die werde ich auch nicht verstellen da habe ich auch keine lust zu aber kann ja auch der andere stil sein klar ist mein stil mal ein bisschen komisch ich habe ab und zu videos die über eine stunde gehen habe ich jetzt mal ich teste gerade hierbei mit den videos niedriger zu gehen aber einer zeit her müssen wir gucken ob das klappt okay genug geschwafelt dann legen wir los also müssen doch hier längst denn hier sind wir reingekommen da sind wir raus gekommen hier konnten die tür dann aufmachen das ist ja die abkürzung sozusagen ich glaube hier geht es weiter also los geht's testen wir mal ein paar rubine sind immer gut und ein paar gegner auch und dann müssen wir hier rüber aber das ist ja die frage ich muss ja das ist ja so ein komischer sand das heißt wir müssen auf jeden fall laufen kommen wir da rüber? naja das schaffen wir gar nicht okay dann ist es vielleicht auch ein anderer weg also hier sind wir raus gekommen also es müsste eigentlich hier weiter gehen jetzt gucken wir kurz auf die karte ähm wir sind jetzt hier und ich glaube hier müsste es eigentlich weiter gehen für uns hier sieht es ja aus ob es da wege gibt müssen wir wieder markierungen setzen können wir gar nicht aber es sieht so aus ob man hier nicht untergehen kann oder sehe ich das verkehrt testen wir das mal aha tatsächlich okay okay es war zu weit okay es war zu weit aber ich kann auch keine markierungen setzen ist mir gerade aufgefallen das ist natürlich schade aber es ist jedenfalls schon mal der richtige weg ist das denn gleich hier vorne schon die rechte? das kann natürlich sein ist das denn gleich hier vorne schon die rechte? das kann natürlich sein nicht mehr bewegen was ist denn hier? muss man drücken? ne oder kann ich hier drücken mit A? ne kann ich auch nicht okay hier ist nichts in die richtung ah die truhe gut die haben wir auf der karte auch gesehen was war hier? ein rubin? den haben wir noch mit die irgendwas zu bedeuten haben? diese hände? die symbole? okay okay wo sollen wir alles ein? und was gibt es hier drin? vielleicht die karte oder eventuell der kompass? mhm schauen wir mal eine feder gut oh warte hier ist alles warum nicht? hier war nichts mehr ne? gut dann gehen wir zurück zur karte gucken ja haben wir alles abgerast muss man sich ein bisschen orientieren können da auf der karte dass man genau weiß wo man denn hinlaufen will ähm ist ja auch nicht immer so einfach das zu sehen auf diesem sand mal gucken also wir können auf jeden Fall gerade aussuchen zu dem hier so und dann mal kurz karte gucken dann gehts von da hier hin und von da naja von da gehts auf jeden Fall da rüber so ich komme direkt hier rein los und da kleine geheimgänge hier warte okay das ist jetzt gar nicht so ein kleiner geheimgang das ist ein ganz schön großer geheimgang wir gehen mal da rein und dann gehen wir mal mit und dann gehen wir mal mit wie riesig die aussehen wenn man krabbelt die kleinen Rubine ja gut kann einmal im kreis laufen hier anscheinend hier dringend kann man eh nicht kämpfen wäre ja auch dumm wenn jetzt hier Gegner kommen würden mal gucken da längs aber könnte auch sein dass hier irgendwas ist hier ist ein Diamant okay in die Richtung guck mal dann sind wir schon auf der anderen Seite beziehungsweise woanders in einem neuen Raum gut kann ich nicht drauf sehen da gehts runter da muss man auch wahrscheinlich runter ne okay okay da kommt einfach gar nicht durch hmm mal rumlaufen ja okay ich muss mal rumlaufen was gibt es denn hier drin also da kann ich einfach drauf rumlaufen oder passiert hier gar nix ein paar so soll ich so ein paar Dinger ah ok ja die hätte ich schon da sehen müssen eigentlich wenn die hier auch sein ey cool ah nein ah ach was freut ich dann ich wollte eigentlich äh mein Puster wieder nehmen da hinten noch irgendwo was weiß man nicht gut wir laufen jetzt mal hier hoch okay die Tür ist noch zu das heißt vielleicht müssen wir auch alle Gegner erledigen hier das kann natürlich auch gut sein runter so da haben wir noch eine okay 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 jetzt müssen wir ja irgendwo noch einen Weg geben guck mal ich finde hier alles frei das habe ich gerade eben ganz viel nicht das kann auch noch ich habe jetzt kein Glas um die zu fangen ne deswegen sammeln wir eine Kuro ein das bringt mich jetzt nicht so viel aber da geht es durch da sind die Dinger ah hier ist der Schalter okay gut ich dachte jetzt man hätte vielleicht alle Gegner aber wenn ich so runter gehe geht der Schalter hoch ne der könnte noch da hochlaufen ja einmal hoch den Schalter drücken ach der ist schon gedrückt okay da müssen wir ja wohl Diamanten und hier ja perfekt ist der Schalter hoch oben oh das bringt mich der Schalter hoch kann ich auch schieben ne kann ich nicht warte mal kurz machen wir kurz noch festen ich soll mir die mitgehen hier ne ah ok na gut so geht es auch das ist auch clever gemacht das Ding einfach auf den Wagen zu setzen ich meine das ist mir schon auch erst unterwegs eingefallen als sie es gemacht haben das Spiel glaube ich gesundheit ach so warte man wie konnte man sie denn zerstören mal kurz da 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 hinter dem Wagen gut da 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 Oh, da ist der Busch hier. So, reinpixen, okay, hätte ich noch denken können, aber naja, so geht es halt auch. Oh, jetzt kommen hier wieder ein Stückgleich welche zum Schießen da. Hat nicht mehr so viel Leben, das ist natürlich ein bisschen schade. Okay, aber der kann mich ja hier nicht treffen, wenn ich mit diesem Wagen bin, hoffe ich zumindest. Und der nächste ja auch, Mensch. Das andere sind keine, der jetzt auch schon wieder aufgehört zu lesen da. Das ist der Schalter, den drücken wir dann um, sobald wir ihn auch weg haben, gut. So, sind wir wieder hier am Anfang, jetzt können wir aber da längs gehen, das machen wir jetzt auch gleich. Ähm, ich würde nur einmal kurz speichern gehen, nur zur Sicherheit, weiß ja nie, wenn irgendwas kommt. Hm, speichern, so. Gut. Okay, da machen wir ihn auch wieder mal hin. So, hier ist noch ein Waggon, das ist natürlich cool. Hat er auch so einen Stein in der Mitte? Ja, hat er auch, okay. Wollen wir kurz, ein paar Herzen. Perfekt. Und was ist da oben? Waren wir da oben? Da waren wir auch noch nicht, ne? Okay, da kommen wir noch nicht hin, wegen dem Sternchen da. Dann wollen wir mal, zack. Los geht's. Das ist schon ganz nice gemacht, muss man sagen. Also, coole Dungeon. Die fehlt mir bei Breath of the Wild so ein bisschen, diese Dungeons. Ähm, nichts gegen die, gegen die Schreine, aber das hier ist allgemein. Das ist so, das ist für mich immer Zelda, ne? Neue Fähigkeiten, einen neuen Dungeon nutzen. Das war cool. Hat mich auch so ein bisschen gestört bei, bei, ähm, bei Zelda mit hier. A Link Between Worlds, dass man einfach die Sachen immer alle kaufen konnte. Das war so ein bisschen doof. In jeder gegnerlichen Reihenfolge, die Dungeons machen, das war so ein bisschen langweilig, fand ich. Oder Tempel, kann man so auch sagen. Das ist hier schon besser wieder, muss ich sagen. Das ist hier schon mal auf. Das ist ja mehr oder weniger gut ist. Aber jetzt komm ich da gar nicht hin. So, ich gerade, oder? Das ist ja auch nicht so. Gut. Äh, den Schalter haben wir jetzt gedrückt. Und der hat uns bis hier hingewacht. Aber wir müssen da hinten rein, ne? Das heißt, müssen wir den jetzt einmal wieder ausmachen, wieder anmachen. So, der hältst du die andere Richtung? Ja, okay. Gut, dann haben wir den ja gemacht, da den einen. Brauchst du nicht hauen? Den können wir doch da vorne jetzt rein, dass wir gerade ihn gedreht haben, oder nicht? Ja, das hat er schon gedreht, ne? Brauchten wir ihn mal machen. Sehr gut. Wir müssen natürlich auf die Toren da aufpassen. Den müssen wir gleich mal erledigen. Am besten, so schnell es geht. Okay, brauchen wir gar nicht. Dann gehen wir jetzt hier rein. Mein Gott, das ist aber auch hier so eine Steampunk-Atmosphäre. So, hier geht's kaputt, der Treppe, äh, Leiter. Läuft noch gar nichts. Da müssen wir wahrscheinlich gleich erstmal was in den Laufbahn. Oh, hier. So ein bisschen Dampf, das ist natürlich doof. Die fegen wir mal da weg. Geht mich doch. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Oh, da könnte ich Bomben reinwerfen. Das mach ich mal. Wie war da drüben hinkommen? Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Das sieht aus wie ein Knopf. Ah, guck mal. Das ist doch gut. Ist der ganze Raum dann so? Ja, cool. Obwohl, so cool ist das gar nicht, wie ich gerade sehe. Da bewegt sich alles. Da ist eine Truhe, die müssen wir auf jeden Fall aufmachen. Okay. Erstmal zurück. Obwohl, warte mal, da müsste jetzt die Treppe sich da wieder erneuert haben. Wahrscheinlich, ne? Genau, macht sie. Okay. Die können aber auch hier längs gehen. Also, den müssen wir da drüben platt machen. Müssen wir nur schnell genug sein. So, jetzt. So. Sehr gut. Hier müssen wir schnell sein. Ah, Herzen und Bomben. Ah, okay. Da ist hier der Schalter gedrückt. Okay. Eins, zwei, drei. Wow. Okay, da ist vorhin gar nichts. Warte mal. Oh, den Booster. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Nein! Das war ja blöd. Na gut. Nur warte mal. Nein! Einstecken. Da. Mal da gucken. Hör. Hat er nicht genommen. Wow. So, den müssen wir jetzt funktionieren. Okay. Also, hier ist einer, drei und zwei. Das ist eine reine Folge, die wir einhalten müssen. Ich weiß noch nicht, ich habe nämlich rausgefunden, wie ich den besiegen kann. Also, irgendwie bin ich noch nicht sicher, was ich machen soll. So, darum geht es ja auf jeden Fall nicht längs. Da hinten geht auch noch eine Leiter runter, ne? Lass uns das mal machen. Los. In eine Richtung. Los. Gehen wir da hinten nochmal runter und gucken, wo wir da hinkommen. Ich denke mal, da drüben muss ich die Bomben in der Reihenfolge, also, die anderen in der Reihenfolge machen, wie ich das jetzt schon gerade beim drüben gesehen habe. Oh, nein! Oh, wie doof war das denn? Ja, ja, Game Over, Game Over. Es ist natürlich ein ganz schön langes Game Over, glaube ich, weil wir das letzte Mal gespeichert haben. Das ist schon ein bisschen her. Gut, müssen wir zurücklaufen jetzt hier. Obwohl, die haben wir es ja auf hier, ne? So, wenn wir gerade nichts gehen. Quatsch. So, wir haben den anstechen. Wir müssen vielleicht den ersten auch nehmen oder wieder reingehen, weil die Tür ist ja auch auf. Also, so weit war das jetzt gar nicht. Okay, den müssen wir trotzdem anmachen hier oben. Das ist dann unser Problem. Das ist ja nicht so schön. Oh, nein! Oh, das gibt es jetzt aber ernst? Ich war auch eigentlich schon so gut wie da. Wenn man es so schnell haben will, ne? Sonst hat es natürlich nicht. Ich habe gerade gesehen, dass da noch ein paar Sachen liegen. Die können wir auch gleich nochmal mit reinnehmen. Ja, da nicht, aber hier, ne? Nicht mit real. Ah, guck mal. So. Oh, das ist mal eine enge Kiste. Ah, ja, ja, das ist eine enge Kiste. So, hier können wir den rüberholen. Wollen wir gar nicht. Wollen wir jetzt erstmal hier runter? Wollen wir kurz aufpassen, dass wir das da rüber schaffen? Und laufen. Oh, nein, 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 nein. Oh, jetzt kommen wir da nicht mehr weg, ne? Oh, wie gemeint ist das denn? Komm schon. Oh, nein, das ist nicht der Schocken hier. Das macht ja überhaupt keinen Spaß, Bader. So. Okay, aber haben fast das ganze Leben verloren. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, geht hoch. Da kommen wir nicht hoch. Mist. Ja, ja, Mist, geht nicht. Okay. Gut, dann gibt er nur diesen einen Weg. So. Wird er das denn schaffen? Weiß ich nicht. Also wir probieren es mal mit ein Leben. Hat mich denn diese fliegenden Viecher zerstört? Das freut mich gerade. Das geht mir zierisch auf den Senkel. So, eigentlich müssen wir doch. Also ich frage, wie wir da rüberkommen. Ich meine, hier rüber pusten kann ich mich, aber... Ich muss da durchlaufen, sehe ich gerade. Da hinten ist die Tür. Aber die können wir nicht aufmachen von hier. Also, die Tür geht wahrscheinlich erst auf, wenn wir das Rätsel hier gelöst haben, mit den Türen hier oben rechts, die genauso sein müssen, wie die Türen da drüben. Also wir müssen erst die hintere zerstören, dann die äußere und dann die in der Mitte. Okay. Aber wie kriege ich den da hinten denn zerstört, da dieses Flugteil? Ich weiß das immer noch nicht. Mal auf, wir basieren den mal an. Was sagt sie denn? Wie dein Herzen haben sie ja mal anstrengend, ich rate dir dringend. Ja, würde ich auch gerne. Schade, mein Herz wäre so gewesen. Okay, also ich muss überlegen, wie ich den zerstört bekomme da hinten. Ich meine, jetzt rattert er, ne? Das bringt mir ja gar nichts. Geht der denn immer kaputt davon? Auch nicht, ne? Oh, Mist, ey. Wie kann man die denn zerstören, frage ich mich gerade. Wie kann ich die denn töten, beziehungsweise kaputt machen? Das ist ja das Wichtigste für mich. Oder? Ist ja das Wichtigste. Macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da jetzt 30 Mal hinrenne und das immer noch nicht klappt. Also, muss schon irgendwie funktionieren. Sonst habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Aber wie? Ich kann flattern und dann habe ich die noch so dabei. Ich weiß nicht, ob ich einen Propeller mehr abschneiden kann von dem. Probeller werden wir gleich mal beim Fliegen, aber ich glaube, das klappt auch nicht. Schade. Oh, das ist ganz englärmig. Okay. Okay. Ich bin jetzt immer noch nicht. Magen schloss. Also, ich auch. Oh. 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 So, die Bomben brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt will ich mal probieren, ob der den runterschneiden kann. Kann der das kaputt schneiden? So kann ich einfach mit einer Bombe von oben vielleicht. Das kann ich auch nicht. Das geht nicht okay. Ja, jetzt schießt er auch nicht. Wie kann ich den zerstören? Eine Bombe auf den Pfeil lassen? Das geht nicht, ne? Das geht gleich hier nicht auf den Pfeil. Das macht keinen Sinn. Okay. Das ist eine Schwachstelle bei den Geben. Nein. Ich weiß nicht. Müssen wir testen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ob ich den kaputt bekomme. Ich weiß es echt nicht. Nicht so blöd für. Okay. Oh, ist das euer Ernst? Ganz ehrlich, wieso hüpft der denn nicht kurz da rüber, der Schwachmart? Also ab und zu läuft das aber auch echt nicht rund hier. Nein, andere Richtung. Los, mach doch einfach. Okay. So, wie kriegt man ihn da hinten kaputt? Kann er das vielleicht mit... Und da oben eine Vase und hat ihn rauffallen lassen? Gibt das vielleicht? Kann man ja auch beim anderen spielen, ne? Okay, er hat eine Vase, okay. Und jetzt? Ah. Reicht aber noch nicht. Ja, aber ein bisschen kaputt ist er schon. Dann nehmen wir noch einen. Oh, oh, die kommt zu mir. Ach nee, bitte. Oh, 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 oh. Da sind wir schon von den Bomben weglaufen hier. Okay. Okay, bei Berser so weit kommt man es ja auch so machen. Deswegen ärgert es gerade, dass ich darauf gekommen bin, schon vorher. Naja. Gut, und die müssen jetzt da rüberpusten. Hm. Und jetzt können wir hier rüber. Sollen wir genau den Winkel haben, wenn wir da los will, ne? Na los, komm. Gib mir Gummi hier. So. Hier kann man den wahrscheinlich nur mit zurückholen. Dass die muss jetzt zweitig stehen und wir nachher die Treppe hier bewegen können. So. Ein paar Herzen. Nein, da war Bomben dafür. Gut. So. Nur kurz überlegen. Die Eins war da. Okay, als erstes den hier ein. Als erstes hier einen reinwerfen. Mal einen. Okay. Müssen wir noch kurz warten. Da ist ein bisschen Blut und Pusten hier. Oh, komm schon wieder. Ja. Bomben. Der erste. Das machen wir bei der Reihenfolge. Weil da war irgendwo der Reihenfolge. Das machen wir jetzt einfach. So. Und hier. Second Form. So. Und da ist noch ein Schalter. So. Die Schalter in der Reihenfolge drücken. Könnte natürlich sein. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Na gut. Machen wir jetzt erstmal das Ding hier auch nochmal. Vielleicht falle ich runter. Ist natürlich ein Stuf. Obwohl. Kann ich hier nicht an der ganzen Kante hin? Doch. Ja. Okay. Ich habe jetzt keinen Bock mit dem ganzen Ding da. Das macht es aber so. Klicken wir erst den. Und dann den. Und dann jenen. Ziemlich gut. Aber. Wie kann man. Wie geht denn die Tür da hinten auf? Müssen wir da vielleicht noch gar nicht hin? Kann natürlich sein. Gut. Aber. Und warum kann man hier überhaupt auf? Was ist hier so besonderes? Nichts. Auch nix. Nur gut. Dann ist erstmal hier wieder zurückblasen. Drücken. Los. Mann, 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 Mann. So. Machen wir jetzt hier rein. Okay. Das sind diese beiden Hirnis. Oh. Ah, okay. Alter. Dumm. Okay, okay, ich habe es verstanden. Ah, ich habe mein Herz bekommen, Gott sei Dank. Ah, ich dachte, ich bin mal hinten rein. Kann ich auch nicht. Okay, noch mal ein Herz. Gute Truhe, gute Truhe. Wir müssen das Herz haben hier und hier noch ein paar Herzen vielleicht. Ah, der bester Krom. So, wir machen hier Kack-Truhe auf. Was kann das sein? Da ist der Schlüssel. Jetzt geht es da unten auf, jetzt kommen wir da rein. Das ist schon mal gut. Jetzt frage ich mich wieder, was der schnellste Weg dahin ist. Ich muss den runterbrümsen lassen eigentlich, ne? Dann kommen wir nicht da rüber, geht es nur bis zu dem Ende, ne? Gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns da wieder rüberpusten. Das machen wir schnell mal. Geh weg, okay. Los. Wunderbar. Mal kurz gucken. Kann ich uns da runterspringen lassen eigentlich? Eigentlich einfach nicht, ne? Das würde ich einfach probieren. Das geht auch. Gut. Jetzt sind wir hier auf... Ah, jetzt auf der Seite, okay. Aber da geht's hoch. Wollen wir da irgendwas freischalten? Hier sind eine Abschürzung, dass ich falls versterben oder so. Jetzt sind wir unsere Herzen gefüllt, das ist schon mal gut. Und da können wir, ja, okay, da können wir das freimachen, dass wir da gleich direkt hochlaufen können. Gut. Und dann können wir hier freimachen und dann können wir theoretisch auch speichern gleich davon, ne? Jetzt die Frage, ob wir jetzt lieber speichern, oder wir speichern lieber noch einmal, weil wir kommen ja jetzt gleich zum Balls. Das macht ja wohl am meisten Sinn, ne? Geht halt schnell. So, speichern. Dann machen wir eine Boss noch und dann haben wir den Tablet auch gecleert, würde ich sagen. Gut. Rein hier. Wir können laufen, alles, was wir können. Naja. Gut, hier gibt's noch ein kleines Rates, oder? Ach, guck mal, toll. Okay, hätten wir auch gleich hier speichern können. Machen wir auch noch mal. Wenn wir anfangen, fangen wir direkt wieder hier an. Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber ist ja auch egal. So. Buja. Zeig mal, was du kannst. Ach so. Na los, komm. Los. Boah, wenn man da echt nicht aufpasst, dass das Timing nicht mehr passt, dann war's das, ne? Ah, okay. Ah, ich konnte hier so ein bisschen... ...verschnellern. So. Wollen wir den Schlüssel noch da reinpacken? Warte mal. Ne? Wunderschön. Wunderschön. Ja, ein Sandmonster. Gut, rundherum sind ein paar Krüge, die werden uns wahrscheinlich ein paar Herzen spendieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier auch Treibsand kommt zwischendurch. Hinter uns ist auf jeden Fall eine engere Welle. Oh. Wow, ein Skorpion. Wie cool ist der? Dunkler Äon-Skorpion. Moldock-Hard. Moldock-Hard. Oh, das kann doch nicht so gut. Okay, jetzt hat er so gemacht. Oh, einer ist da. Okay. Und noch einer. Okay. 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 Ah, okay. Okay, er hat mich doch anders. Ah, warum dreht er sich um? Alles klar. Bleibt nochmal so. Ach, ich muss echt mal wieder. Ich muss wahrscheinlich echt mal die andere Steuer ausprobieren. So, er ist weg. Okay. Was macht er jetzt? Okay. Äh. Wo ist er denn her? Er geht da hinten hin. Ich muss mal ganz locker ein Herz holen hier, oder? Oh. Wo ist er? Oh, okay. Ich dachte, ich könnte eigentlich schnell vor dem Deck laufen. Ach so, warte, 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 warte. Klar. Er mag sich nicht ins Auge gestoppt bekommen, ne? Okay. Okay. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer. Also blöde Viecher, kurz ein paar Herzen nehmen, nicht als wir den aus Leichtsinn sterben. Das machen wir ja nicht. Oh, da sind wir ein paar, da sind die Fieder raus, da ist gerade. Nein. So. Oh, das war's. Der war jetzt nicht so spektakulär, aber geschafft ist geschafft. Ah, ein Herzcontainer, da freue ich mich drauf. Na los. Nimm ihn dir, Link. Was war das, vielleicht noch gar nicht das mit dem Boss? Kommt da noch was? Oh, ne. Tür. So, erstmal über das Herz. Yes. So, jetzt wollen wir mal kurz hier rum gucken, gibt's hier noch irgendwas? Schaut nicht so aus, aber sind so kleine, naja egal. Wie geht das mal hier rein? Okay, man kann ja nichts. Ach, da oben. Okay, warte. Okay, warte. Hm. Da ist ein bisschen lange. Das ist ja nicht der schnellste Vogel, ne? Äh, Käfer. Scarabius. Das sieht schon besser aus. Und hopp. Los geht's. Krieg ich da die alte... An der Steinplatte krieg ich wahrscheinlich nicht mehr, denn wir hatten ja alle drei reingesetzt. Mal sehen, was jetzt passiert hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Da ist Zelda. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Chancen! Nenn dies, du wirst es benötigen. Die goldene Harfe. Die Lyra, ja stimmt. Behalte euch! Oh. Los, beeil dich, ist total. Chancen! Beeil dich! Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Chancen! Du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald, mutiger Krieger. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Dummes Kind, sagt der Böse jetzt. Ach, Chancen. Ich war besser, wohlst du gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sich mit dir zu teilen. Aber merke dir. Nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre selten das Aura nicht mehr. Das machen wir. Kann ich eigentlich auch mit meinem Mister da oben diese Finger runterpusten? Oh, kann ich noch rein, okay. Kann ich noch rein, okay. Fangen, ne? Oh, da hinten ist das Ding auch noch schnell. So. Und dann. Ja, ab zum Siegelhain. Aber für uns war es das erstmal. Ich speichere es einmal hier. Und dann machen wir direkt beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Arrivederci. Und dann. Bis dahin. 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 Vielen Dank.